Kurze Feinklage und der Marsch Ehre und Pflicht von Hans Scharpaar. Wir sehen verschiedene Figuren, die sich bei Wendungen und aufeinandermarschieren ergeben. Ein wunderschöner 6-8-Platt-Mausch hier vom Armeekapellmeister Hans Scharpaar. Sehr flotte Wendung hier der Musiker, die wir im Wald heißen. Ganz hast du Zeit mit hier im Zuhprogramm. Die Reihe ist ganz wunderschön ausgewichtet hier und die nächste Figur, die sich erdübt. Die Reihe ist ganz wunderschön. Und die wunderschönig die Akklamationen zu der Reihe. Herzliche Gratulation zu diesem Showteil hier des musikfreies Waldhausen. Und das Programm wird gut gesetzt mit dem Drucker Lagermann. Zehn Jahre ununterbrochen hier bei der Marsch Ehre und der Reihe. Die Sturmgauer Messe in einer Potzenbesetzung heute mit unter Partie der Präsident der Sturmgauer Messe. Die Sturmgauer Messe in der Sturmgauer Messe in der Sturmgauer Messe. Sein 40-Jahr-Jubiläum, die Sturmgauer Messe. Alle sind herzlich eingeladen hier zu dieser Sturmgauer Messe zu kommen. Von 20. bis 22. August. Eröffnung der Sturmgauer Messe durch Vizekanzler, Bundesminister Reinhold Mitterlehner. Alle sind herzlich willkommen und ein herzliches Dankeschön für die 41. Teilnahme.